Danke für die Aufmunterung. Mir geht's schon viel besser. Zum Abschied zeige ich euch noch mein Rezept gegen Langeweile. Meine dreifache Rückwärts-Schrauben-Salto-Arschbombe in den Schlamm. Juppie! Giraffenaffen stark! Die Savanne war echt toll. Was wollen wir jetzt erleben? Lassen wir uns überraschen, wo das Flufferbeam uns diesmal hinbringt. Komm, Taki, du darfst auf den Schwuppdiwupp-Knopf drücken. Also kommt schon, wer war's diesmal? Die Maschine, sag ich doch. Sind wir bald da? Ich muss pipi. Boah, schaut mal. Was für eine schöne Insel. Und da ist gleich ein Strand. Kommt, wir gehen schwimmen. Aua. Was ist passiert? Ich bin in etwas reingetreten. Schaut mal, der ganze Strand sieht ja aus wie eine Müllkippe. Schau mal, der arme Vogel, der ist mit seinem Kopf in einer Plastikflasche gefangen. Warte, wir helfen dir. Brrrr, danke. Eine Schande ist das. Mein schöner Strand. Das machen nur Menschen. Seid ihr auch solche Menschen? Nein, wir sind Giraffenaffen. Kommt, wir räumen erst mal auf. Planung, wir gehen erst mal auf. dich nach unten. dich in der Schule geht es um Sch montzt,